Mein Name ist Urs Küng, ich komme von Etisil und ich habe einen Stand am Willisauer Markt in der Saaggasse neben Samy Klaus. Ich verkaufe Holzschmuck und Schalen und Bilderrahmen aus Altholz. Am liebsten mache ich natürlich meine Holzmetallfingerringe oder die grossen Schalen. Die Armbandertomen verleimen und so in die Form verpressen. Die Orolinge habe ich neu im Sortiment. Sie gibt es mit oder ohne Swarovski-Kristall. Das wird alles von Hand gemacht. Zuerst einmal mit grossen Maschinen zugeschnitten. Dann sehr viel mit Kleinhandarbeit, mit Schläffen. Das ist ein kleines Knopperarbeit. Ich bin natürlich Berufsschreiner und arbeite mittlerweile als Arbeitsvorbereiter. Darum habe ich ein wenig Kaltes anlängen und mit dem Angefangen mit Holzschmuck zu machen. Und dann mache ich auch vor. Untertitelung des ZDF, 2020